schon mal. Bauzaunelemente. In dem in den was? Sonst würde man sagen Pauzaunelemente, wenn man macht. Das wäre verfalscht. Oder verfälscht. Oder einfach falsch. So, haben wir Bauzaunelemente zusammengekommen. Da war ich gerade. Das hat voll Verspaßung gemacht. Haben wir aus Holz oder aus Metall? Da weiß ich jetzt gar nicht. Da war eine Verfiechung. Die wollte mich verärgern. Ja, Bauzaunelemente haben wir jetzt rückwärts gemacht. Nächste. Gehen wir in den Baumarkt oder in einen Discounter oder egal wo ihr hinwollt und dann sagt ihr, was wir hier verkaufen wollen und dann machen wir das Verkaufen hier rückwärts. Dieses Elementes oder was wo immer. Spaghetti Tomatensalat. Talas, Nüttemot. I dekatsch. Das war spontan. Out of the brain. Not verreaded from the paper. Einfach rausverknallt. Habe ich vermacht für euch. Damit ihr ein bisschen verspaßen habt. Danke. Die Leute reinびозer. Bis zum nächsten Mal. Die Leipkom. Didn't du auch. Das war mit dem Entfer. not für euch. ?! 過h.